Mieter ohne Makler, was ist das eigentlich? Das ist Herr Fuchs. Er hat eine schöne Wohnung, die er gerne vermieten möchte. Da er sich aber die Gebühren für einen Makler sparen will, lässt Herr Fuchs ein Video seiner Wohnung von Herrn Schmidt für Immolive TV produzieren. Das fertige Video wird nun online veröffentlicht und in verschiedenen Zeitungen werden Anzeigen aufgegeben. Frau Schlau sucht eine Wohnung ohne Maklergebühren. Sie besichtigt die Wohnung live per Video und da sie ihr gefällt, setzt sie sich sofort mit Herrn Fuchs in Verbindung, um einen Mietvertrag zu machen. Ohne Maklergebühren. So einfach geht's. Mieter ohne Makler gefunden.